Westfire weather hurry about They cool it off and you burn it up You got so much to do And only so many hours for you Komm aber, du eifriges Kind Du arbeitest zart und machst alles viel zu gschwind Wenn du so gescheit bist, sag, warum hast du so'n Stress? Applaus In der Sonne, man zeigt keinen Eintritt Hat so eine wunderbare Bühne noch vor sich Mit so großartigen Künstlern drauf Das ist euer Einsatz Applaus Wenn ihr euch ein bisschen umschaut, hier schaut's aus nach Sendling Die Luft fühlt sich ein bisschen o wie Sendling Je nach Deodorant Benutzungsstatus eures Sitznachbarn Riecht's auch ein bisschen wie nach Sendling Aber dabei sind wir gar nicht in Sendling, nein! Nein! Wir sind stattdessen im öften Gemeindebezirk von Wien In Simmering Simmering ist heute in Sendling Und deswegen hauen wir euch jetzt Für die nächsten eineinhalb Stunden Ein paar bekannte und weniger bekannte Perlen des Austropop um die Ohren Könntest du ruhig nochmal klatschen, während ich meine Karten setze? Wenn ihr euch schläft im Jungs, Beine mal bist du und und dem mit uns jetzt ganz schön Und Tino sagt zu mir, oh keine Lieder vierter denn die Hand geht's schon genau weh Hau, wie hat es Ihnen gefallen? Ja, mir gefällt es super hier. Richtig gut. Richtig gute Stimmung. Richtig unterhaltsam. Great concert, great people, great public, great area. Thanks. Und wie gefällt es Ihnen hier? Es ist echt schön hier, aber es ist immer ganz was anderes als nach Corona. Also, ich freue mich wirklich, dass ich da bin. Dankeschön. Ja, mir geht es Ihnen. Vielen Dank. Kulturgäste, die Arbeit des Kulturraum erleben, das teilen sie dem Kulturraum auch manchmal mit in Form von schriftlichen Rückmeldungen, bedanken sich. Und solche Rückmeldungen werden euch jetzt drei Mitarbeiter vom Kulturraum vorlesen. Die Eva, die Elisabeth und der Herrmann. Winkt sie mal, die sitzen da. Erst einmal möchte ich mich bedanken, dass sie uns trotz der langen und zähen Zeit nicht vergessen haben und tapfer die Stellung gehalten haben. Meine Lebensqualität hat sich durch euch wirklich gebessert und ich bin so froh, dass ich euch kenne. Danke, dass sie sich so viel einfallen lassen. Es war, als hätte das Orchester nur für mich gespielt und die Sängerin nur für mich gesungen. Ich kann sicher nicht mit meiner Kusine schlafen, obwohl ich gerne würde, aber ich trau mich nicht. Ich kann sicher nicht mit meiner Kusine reden, obwohl ich gerne würde, aber ich trau mich nicht. Als wir ein Porsche in seinen Gitarrengruppen drücken. Ich bin in die Hand, fühl mich da so leid, braucht eine große Welt, in die Hand auf Füssenfeld und mit. Weil du stolz bist, wenn du wachst, und dich trotzdem zubelahmst, fühl ich dich. Weil man wollen wird, wenn du lachst, und dein Herz zum Super machst, fühl ich dich. Und, wie hat es Ihnen gefallen? Wunderschön, schöner geht's Ihnen. Wir haben heute auch noch gekriegt. Toll, danke. Der Kulturamt macht was. Schon, oder? Ja. Wunderschön.